In diesem Video geht es um die drei kuriosesten Meditationsformen. Der dritte Platz bekommt die Lachmeditation. Diese Form der Meditation beinhaltet das bewusste und absichtliche Lachen, um Stress abzubauen und positive Energie freizusetzen. Am zweitkuriosesten ist die Tanzmeditation. Hierbei wird Meditation mit Bewegung und Tanz kombiniert, um Achtsamkeit und Selbstausdruck zu fördern. Am kuriosesten ist die Osho-Dynamische Meditation. Diese spezielle Meditationspraxis beinhaltet fünf Phasen, die Schreien, Tanzen, Hüpfen, Stillsein und Liegen beinhaltet. Es ist darauf ausgerechnet, Energieblockaden zu lösen und ein Gefühl von Freiheit und Ekstase zu erleben. Welche ist deine Lieblingsmeditation? Schreib es in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.